Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Filofax Video von mir. Wir gestalten die neue Woche zusammen und ich habe ein paar Sachen dafür vorbereitet. Hier sind ein paar Sachen, die ich bei Pinterest gefunden habe und die ich mir ausgedruckt und ausgeschnitten habe. Und damit werden wir jetzt unsere Woche verzielen. Musik 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 Und schon haben wir unsere beiden Seiten fertig gestaltet. Wie ihr seht, es ist etwas Halloweenig geworden. Ihr wundert euch vielleicht über diese Tags, die ich hier überall habe. Da werde ich natürlich jetzt gleich noch eintragen, wann welches Video zu meiner Halloween-Reihe drankommt. Und das wollte ich jetzt natürlich noch nicht machen, um einfach nicht vorwegzunehmen, was es so geben wird. Und das werde ich eben noch gleich eintragen. Hier, ich habe, das wollte ich noch nachgeschaut haben. Devious Mates, kennt ihr das? Das ist eine neue Serie, die auf ProSieben kommt. Die wollte ich mir mal angucken. Und ja, hier muss ich noch ein YouTube-Video drehen. Ansonsten kriegt ihr auf jeden Fall vier Videos nächste Woche. Die sind schon fest eingeplant. Und auch an diesen Tagen. Was genau es sein wird, werdet ihr aber dann noch erfahren. Ansonsten ist eigentlich alles sehr unspektakulär. Es ist eben eine ganz normale Arbeitswoche. Und ich mache das jetzt eben noch in meinen Kalender. Und da haben wir sie eingeordnet. Musik Ich habe mir ein neues, in Anführungszeichen, System überlegt. Und zwar habe ich mir jetzt immer hier so Post-its reingemacht, wenn irgendwas ansteht. Zum Beispiel hier sind wir zum Brunchen eingeladen. Da gibt es das HEMA-Event natürlich und ein Streetfood-Festival, wo ich unbedingt hingehen möchte. Und ja, solche Sachen habe ich mir jetzt einfach mal hier so mit so Post-its markiert. Da Gänse essen und ja, das fand ich eigentlich so ganz praktisch. Weil dann kann ich es im Nachhinein einfach noch schön einfügen. Ich zeige euch mal noch kurz meine letzte Woche, weil da habe ich ja nicht gefilmt gehabt. Die war aber auch recht unspektakulär, wie ihr vielleicht auch sehen könnt. Und ich halte hier was zu, weil da was YouTube-mäßiges steht, was ich nicht verraten möchte. Jo. Auf jeden Fall sind wir fertig mit dieser Woche. Mehr ist eigentlich auch nicht dazu gekommen in meinem File-Effect, sodass ich euch jetzt auch nicht mehr... Sodass ich euch jetzt eben einfach auch nicht mehr zeigen kann. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Diese Dinge habe ich eben, wie gesagt, von Pinterest. Ich habe es brüderweise nicht gepinnt. Ich habe vorhin extra nochmal geguckt. Aber gib doch einfach mal Halloween-Tags ein. Vielleicht findet ihr es ja dann irgendwo. Ansonsten habt ihr vielleicht auch ganz tolle Halloween-Washi-Tapes. Wenn ja, bin ich sehr neidisch. Immer noch. Aber ich bin jetzt eigentlich auch ganz zufrieden, so wie es jetzt geworden ist. So, dann trage ich mir jetzt eben hier noch meine Themen ein. Und ihr könnt gespannt sein auf die nächste Woche. Und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!